Dann rufe ich Tagesordnungspunkt 6 auf. Erste Lesung Gesetzentwurf Landesregierung 2 Gesetz zur Änderung des Gesetzes zum Vollzug von Aufgaben auf den Gebieten des Veterinärwesens und der Lebensmittelüberwachung. Das Gesetz wird von der Landesregierung eingebracht. Bitte sehr, Frau Ministerin. Sehr geehrte Damen und Herren, ich bringe dieses Gesetz ein. Es geht im Wesentlichen um die Aufgabenübertragung an die Kreise und kreisfreien Städte, die bislang schon für die Aufgabe zuständig sind. Wir müssen das künftig übernehmen, weil der Bund nicht mehr diese direkte Aufgabenzuweisung machen kann. Darüber hinaus wollen wir ein Weisungsrecht für kritische Fälle einführen. Das wird sicher noch Gegenstand von Diskussionen im Ausschuss. Ich freue mich darauf. – Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Ministerin. – Das Gesetz ist eingebracht. Erste Lesung. Es gibt keine Wortmeldungen für eine Aussprache. Wir beweisen den Gesetzentwurf zur Vorbereitung der zweiten Lesung an den Fachausschuss. – Jawohl. – Jawohl. – Jawohl.